Dungeons und Denglisch Antenne Denglisch Oh Gott, nicht Bayerns bester Tavernenmusikmix Ich bin mir sehr sicher, dass wir schon mein Radio-Intro gemacht haben, aber ich bin da immer ab für Echt? Ich habe die Vermutung, das wird heute eh die Folge der Wiederholungen, aber das stellen wir dann fest Okay Ich habe das letzte Mal gesagt, wir machen jetzt anfangs so kleinen persönlichen Anekdoten, was ist uns letzte Woche so passiert, Einschub, dann bringe ich das unter der Folge nicht so sehr, dann haben wir mehr Ordnung drin Okay Was ist bei dir in der letzten Woche so los gewesen? Ich hatte mehrere seltsame Begegnungen mit komischen Frauen Mit komischen Frauen? Ja, das waren drei verschiedene Frauen an drei verschiedenen Orten, denen ich begegnet bin Die erste Begegnung war eine typische für mich inzwischen Die mich trotzdem immer noch zum Schmunzeln bringt Ich arbeite bei einem Verlag, wir machen Bücher Und unser Verlagsoffice ist im selben Stockwerk wie ein Arzt Und es kam diese Woche wieder vor, dass wir bei uns im Büro saßen und dann gehe ich irgendwann aus meinem kleinen Eckbüro auf den Gang bei uns raus und dann saß da einfach eine ältere Frau auf der Bank bei uns im Verlagsflur und ich habe sie gefragt Hallo, kann ich Ihnen helfen? Und sie hat gesagt, ich habe einen Termin Und ich habe gesagt, wie bitte, was, beim Chef oder wie? Und sie so, nee, beim Herrn Doktor, so und so Und ich so, ach so, da sind sie im falschen Wie passiert das immer? Die Leute, die gehen einfach in ein random Office, es steht so groß Verlag an unserer Tür, du kannst es nicht übersehen, aber die gehen einfach rein und setzen sich hin und denken, sie sind im Arzt Weil ich glaube, man wird irgendwann leseblind Okay, nächste Frauenbegegnung Die nächste Frauenbegegnung war im Aufzug zu meiner Arbeit Da habe ich eine ältere Frau gesehen, die war so, ich sage mal 60, mit einem Longboard Und die, wir haben in unserem Aufzug so ein Schild, wo drauf steht, auf welcher Etage was ist Und das Schild war einfach nicht da, das war runtergerissen von der Wand Und dann hat die mich gefragt, wo sie hin muss, um zum Arzt zu kommen Und ich habe gesagt, ja, zweiter Stock Normalerweise würde das auf dem Schild stehen, aber das ist weg Und dann hat die zu mir gesagt, ja, damals als Jugendliche hätte ich das auch runtergerissen Ich halte nichts von solchen Schildern, das ist mir zu bürokratisch Und das war so eine Frau, die hat geredet wie ein Teenager und sie hatte ein Longboard, aber sie war irgendwie kurz vorm Rentenhalter Das fand ich ganz spannend Ich glaube, du ziehst sowas an, okay Und meine letzte Begegnung war eine Frau, mit der ich mich nicht unterhalten habe, die ich nur im Edeka gesehen habe Die war so, ja, Anfang 20 vielleicht Und die hatte ein ganz, ganz großes Tattoo auf der Brust und auf dem Rücken Und die hatte ein Outfit an, wo man beides sehr deutlich gesehen hat Und da stand drauf, irgendwie, ich weiß den genauen Namen nicht mehr, aber irgendwie Eigentum von Georg Stadler Und quasi zweimal groß tatuiert, einmal vorne, einmal hinten Da habe ich mir auch gedacht, okay, wow, krass Okay, ähm, was habe ich letzte Woche erlebt? Mein Bruder hatte Geburtstag, Happy Birthday nachträglich Deswegen haben meine Mama und ich ihn von seiner Unistadt abgeholt Studiert am anderen Ende von Bayern Und deswegen sind meine Mama und ich da mit dem Auto hochgefahren Haben ihn abgeholt, sind wieder heimgefahren War sehr schön Und am Tag drauf bin ich auf ein Festival gefahren Auf Southside Festival Es war mega cool, ein Tag Ich habe mir Peter Fox angehört Es war amazing Das Einzige, was nicht so cool war von ihm für die Festivalmenge war Und ich fand das nicht dramatisch, aber die Menge scheinbar schon Peter Fox hat so Danke, Southside, ihr wart super Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, Hurricane Oder irgendwie sowas Nicht, wir sehen uns nächstes Jahr wieder Sondern ihr wart eine klasse Menge, Hurricane oder so Hat die Festivals verwechselt Er hat die Festivals verwechselt Und dann die Menge gleich Rein statistisch ist die Chance groß, dass ein paar von unseren Zuhörern auch da waren auf dem Festival Das stimmt Aber ihr habt mich nicht gesehen Jetzt haben wir schon so viel Zeit, wir flampert Wir müssen mit dem Thema durchstarten Du hast dir gerade drei Minuten von Frauen erzählt Und ich habe 30 Sekunden Gesprächsschnipseln Und du sagst, wir müssen fertig werden Sorry, Entschuldigung Ich muss dazu sagen, heute wird es wahrscheinlich eh nur eine kürzere Folge Die ich jetzt einfach mal reinschieben wollte Weil wir wurden jetzt irgendwie schon öfter danach gefragt Und mich hat es gewundert, dass wir noch gar keine allgemeine Folge dazu hatten Nämlich einfach mal Magie in D&D allgemein Was ist Magie? Wie funktioniert Magie? Was gibt es für verschiedene Arten von Magie? Und das ist sowas, das haben wir irgendwie auch schon zigmal angeschnitten Aber ich glaube, wir haben es noch nie wirklich umfassend erklärt Und das dachte ich mir, machen wir heute mal in so einer Kurzübersicht Wir haben ein paar Folgen, die sich darauf beziehen Maria und ich haben zum Beispiel ganz am Anfang, also den Podcast angefangen Haben alle zwei Wochen eine Folge gemacht mit unseren Lieblingszaubern Zu den einzelnen Zaubergraden Da kann man quasi durchhören In der Magier-Folge wird sehr viel über die verschiedenen Arten von Zauberei geredet Und genau eigentlich in allen Zaubercaster-Folgen über die Klassen besprechen wir das Thema Aber jetzt ist mal der Zeitpunkt, wo wir so umgreifend darüber reden Genau Wir hatten noch eine Folge zu Mistra, der Göttin der Magie Das ist auch sehr spannend und hat mit dem Thema viel zu tun Wir haben mittlerweile schon so oft auf diese Folge verwiesen Eigentlich müsstet ihr die schon auswendig können Und die letzte Folge, auf die ich noch verweisen möchte Ist unsere Folge zu Magie jenseits des 9. Grades Wo wir über epische Magie reden und ganz, ganz verrückte Zauber Aber wir fangen jetzt hier mal auf Null an Wir tun so, als wüssten wir gar nichts über Magie Und stellen uns mal die Frage, was hat es damit grundlegend auf sich? Die Welt von Turil, die Welt der Vergessenen Reiche Ist erfüllt von Magie Und genau wie Luft und Erde Ist diese Magie eine der Ressourcen, die im Endeffekt den kompletten Planeten durchdringt Meistens nimmt Magie, die von den Bewohnern Turils dann auch wahrgenommen wird Die Form von Zaubern an Aber die gab es nicht schon immer Und dazu müssen wir die Zeit eigentlich noch weiter zurückdrehen Nämlich bis zur Erschaffung der Welt Ganz, ganz am Anfang wurde das Universum erschaffen vom Obergott Ao Der, ähnlich wie in der Bibel, damit angefangen hat, die Urenergien zu teilen Und das erste Mal, dass er sie geteilt hat Diese Urenergie war in hell und dunkel In die Göttinnen Selun und Shah Selun ist die Göttin des Mondes und des Lichts Und Shah ist die Göttin der Nacht und der Finsternis Und gemeinsam haben sie dann den Himmel erschaffen Und Chontea, die Verkörperung der Welt selbst Also Himmel und Erde, wenn man so möchte Und die Chontea hat sich dann Licht und Wärme gewünscht Und Selun wollte die geben Aber Shah war dagegen Weil es ja das Gegenteil von dem ist, was Shah ist, richtig? Genau Und dann gab es ganz, ganz großen Streit zwischen den Schwestern Bei dem dann zahlreiche andere Götter erschaffen wurden Da gab es so einen lange andauernden Kampf Und das hat dann damit geendet Dass die Selun einen der Himmelskörper am Horizont angezündet hat Sie hat quasi die Sonne erschaffen Und Shah ist daraufhin komplett durchgedreht Und hat versucht, das Licht überall in der Welt wieder zu löschen Was Selun dadurch verhindert hat Dass sie den Teil der ihr innerliegenden Kraft genommen hat Und nach Shah geschleudert Und als diese Macht von Selun kollidiert ist mit Shah Ist daraus Mistril entstanden Die erste Göttin der Magie Und mit ihr das Gewebe der Magie selbst Wie gesagt, die ganze Geschichte rund um Mistril und Mistra Haben wir jetzt schon sehr ausgiebig behandelt Und daraufhin war Magie in der Welt Und diese Ehren der Magie Kann man eigentlich in fünf große Phasen unterteilen in Toril Wo die Regeln mehrmals geändert wurden In der fünften Edition haben wir feste Richtlinien Nach denen Magie funktioniert Die waren allerdings nicht immer so Und das hat einerseits natürlich den Grund, dass wir ein Spiel sind Das ist jetzt die fünfte Edition des Spiels Wo die Regeln halt anders funktionieren als früher Aber es gibt durchaus auch Erklärungen in der Welt dafür Die mal mehr und mal minder Sinn machen Ich finde es aber auch irgendwie schön Dass man sich bei dem Spiel immer wieder die Mühe macht Zu versuchen zu erklären, wieso sich die Regeln ändern Wieso das jetzt anders wird Und nicht mehr so funktioniert wie vorher Es gibt ja viele Spiele, bei denen ist das nicht der Fall Dann nimmt man das einfach so hin So, ja früher war das so Aber in Teil so und so ist das jetzt anders Genau Ja, genau Im Endeffekt nach der Erschaffung von Mysteril Waren wir sozusagen in der Ur-Ära Da war quasi Regelphase 1 Dann kam irgendwann so ein gewisser Kasus Und der hat Mysterils Macht geklaut Woraufhin die Regeln etwas abgeändert wurden Dann kam ein gewisser Bane Mit einem gewissen Mirkul Die haben versucht, die Tafeln des Schicksals Vom Obergott Ao zu klauen Was dem nicht so gefallen hat Und dann hat der ein bisschen umgeräumt Das hat die Regeln der Magie nochmal verändert Dann kam die Zauberpest Die wieder alles umgeworfen hat Die hat nicht nur die Magie Sondern Toril selbst komplett verändert Und inzwischen sind wir wieder an einem Punkt Wo auch diese Ära der Instabilität wieder beendet hat Indem er die Tafeln des Schicksals neu geschmiedet hat Mit der zweiten Teilung beginnt quasi die moderne Ära der Magie Und damit sind wir jetzt in der fünften Edition Und man muss hier ein bisschen unterteilen In Arten der Magie Also Magie selbst ist eigentlich nur Die zugrunde liegende Ressource Die Macht, aus der die Zauber geschaffen werden Und in der Regel Können Zauberwirkende in Toril Nicht direkt mit dieser Magie interagieren Sondern es gibt eine Zwischenschicht Die zwischen den Zauberwirkenden Und den Zaubern selbst wirkt Und das ist das Gewebe der Magie Auf Englisch The Weave Und je nachdem wie man mit diesem Gewebe interagiert Kann man die Magier dann noch weiter unterteilen Also ich muss es wieder sagen Ich werde abwechselnd Magier, Zauberer, Zauberwirkende sagen Ich meine hier in der Regel Zauberwirkende, Magier und Zauberer sind in D&D Was anderes Ihr kennt die Problematik Du meinst es quasi nicht spezifizieren Sondern übergreifend Genau Ja, das ist Das ist ein bisschen schwierig Aron geht halt sehr versatil mit dem Wort Magier um Genau Was auch spannend ist Und was wir hier jetzt nur wenig anschneiden werden ist Das Gewebe ist nur eine der Möglichkeiten Magie zu erschaffen Es gibt theoretisch andere Möglichkeiten An Magie zu kommen Und magische Effekte zu erzeugen Aber das Gewebe ist eigentlich die Hauptart und Weise Wie das passiert in der 5. Edition Deswegen kann man die anderen Arten So ein bisschen unter den Tisch kehren Weil sie auch noch nicht so wirklich In den Regelbüchern vorkamen Es ist mehr so eine Romansache Die hier und da mal wieder ein bisschen aufgegriffen wird Die große Unterteilung ist Magie, die von den Göttern kommt Und Magie, die nicht von den Göttern kommt Jetzt kann man sagen Im Endeffekt kommt ja alles von Mistra Also ist ja alles irgendwie Magie, die von den Göttern kommt Ja Aber ich meine jetzt jenseits des Gewebes selber Du meinst jetzt quasi Von welcher Quelle her man seine Magie bezieht Weil es gibt ja Personen, die beziehen Die Magie dadurch, dass es ihnen angeboren wurde Oder dass sie es erlernt haben Mit dem Gewebe zu spielen Und andere beziehen es von dem göttlichen Aspekt her Genau Und die Hauptunterteilung in D&D Nennt man dann Arcane Magic Versus Divine Magic Manchmal wird noch unterteilt in eine dritte Kategorie Primal Magic Primal Magic ist Eigentlich aber mehr eine Unterart der Divine Magic Und so heißt es in den Regeln In den Reichen selber Gibt es andere Namen dafür Da nennt man nämlich die Arcane Magie Die Kunst Oder auf Englisch The Art Und die göttliche Magie Die Divine Magic Nennt man Die Kraft Oder The Power Nicht zu verwechseln mit der Force Das war das in Star Wars Und Fangen wir mal an mit der Kraft Also Divine Magic Magie, die ihre Energie direkt aus göttlicher Macht bezieht Das ist die göttliche oder klerikale Magie Die Kraft Und über das Wort Divine Göttlich Sollten wir in dem Kontext auch nochmal reden Denn Wenn man neu im Spiel ist Dann impliziert es so ein bisschen Heilmagie und Lichtmagie Und gute Magie Und das muss es nicht unbedingt sein Weil es halt auch böse Götter gibt Und neutrale Götter Also du kannst auch ein Kleriker von Asmodeus Dem Oberteufel sein Da hast du trotzdem Divine Magic Ja oder du denkst daran Du bist ein Paladin Da bist du nicht unbedingt der Heiler in der Gruppe Sondern du kannst der Heiler sein Und du hast auch ein paar heilende Fähigkeiten Aber größtenteils bist du halt doch mehr Krieger Genau Im Gegensatz zu Arkanen Magiern Interagieren Nutzer der Kraft Nicht direkt mit dem Gewebe Sondern die Götter tun das für sie Das heißt Kleriker, Druiden Paladine Waldläufer Deren Zugriff auf das Gewebe Wird komplett von göttlichen Kräften geregelt Und Wenn die jetzt den magischen Spruch wirken Dann Ist es weniger ein Effekt Den sie selber auslösen Sondern mehr eine Antwort Auf ihre Gebete Oder eine Entlohnung Für ihre Hingabe An ihre Zwecke Das heißt Wenn jemand solche Magie nutzen kann Dann ist es gleichzeitig Ein Beweis Für sein Vertrauen In die Macht So an dem diese Magie stammt Oder für seine Verbundenheit mit der Sache Macht das so Sinn für dich? Natürlich macht das so Sinn Vor allem Also ich kann da noch mal kurz erzählen Von dem was wir selber gerade spielen Ich spiele ja meistens Das hat sich jetzt im Podcast schon rauskristallisiert Baden Die machen mir einfach am meisten Spaß Aber ich versuche zur Zeit auch so ein paar Klassen auszuprobieren Die mal anders sind als das Was ich bisher gespielt habe Und zur Zeit spiele ich zum Beispiel eine Paladina Und es macht mir ziemlich Spaß Mal so auf diesem Religiösen Ich setze den Willen meiner Göttin durch Trip zu sein Das macht mir ziemlich Also ich muss schon sagen Ich glaube vor allem Dass ich ein paar Leute aus der Gruppe Schon ein bisschen nerve Aber es ist mir ein bisschen egal Es gibt ein paar Unterarten Von der Divine Magic Die in der fünften Edition ein bisschen kurz kommen Aber die ich an der Stelle hier ein bisschen erwähnenswert fand Nämlich gibt es noch Glaubensmagie Auf Englisch Faith Magic Das ist so eine Art Sonderform Wenn sehr sehr viele Gläubige zusammenkommen Dann können die Wenn dieser Glauben Fokussiert wird In der Regel durch einen Fokus Mächtige Artefakte erschaffen Beziehungsweise mächtige magische Effekte erschaffen Ähnlich zu den Mythals Über die wir in der epischen Magie gesprochen haben Oder ist es auch so ähnlich Wie dieser eine magische Effekt Den man im D&D Film gesehen hat Von Die Leute die den Film gesehen haben Meinen bestimmt was ich meine Von den Bad Guys Nicht von den Good Guys Ich weiß nicht was du meinst Na als die dieses Horn in die Luft gehalten haben Das war ein Effekt aus einem magischen Artefakt Das war typische Arcane Magie Okay Schade Weil das waren ja sehr viele Dudes Die da unterwegs waren Genau Aber das war trotzdem ein Artefakt Das von einem Bestimmten Magier erschaffen wurde Am Ende des Tages Schade Eine weitere Unterform Ist die Kerzen Magie Und Kerzen Magie Ist so ein bisschen Wie Objekt Magie Nur Dass es Gleichzeitig so ein bisschen Elemente aus der Alchemie Und aus der Medizin nimmt Weil du quasi Kerzen Magische Energien Einpflanzt Die dann Zauberähnliche Effekte haben können Sobald du diese Kerzen abbrennst Das ist eine Fähigkeit Die die Mystiker Früher hatten Das ist eine Klasse Die es inzwischen nicht mehr gibt Ja ich wollte auch gerade sagen Mir kam das bisher Mir ist das bisher Im Spiel noch nicht begegnet Und um das an der Stelle Mal zu erklären Objekt Magie Ist Arcane Magie Die mit Objekten funktioniert Also dazu gehören dann Das Erschaffen und Benutzen Magischer Gegenstände Oder Runen Magie Der Zwerge und Riesen Oder Edelstein Magie Der Gnome Oder Magier Und Elfen Können auch Edelstein Magie benutzen Da wird quasi Magie In den Edelstein Eingeschlossen Und die kann man Dann später wieder abrufen Aber Objekt Magie Ist eigentlich Nicht das Thema Interesting to know Genau Die andere große Magie Kategorie Die Kunst Arcane Magie Funktioniert so Dass die Nutzer Dieser Arcane Magie Die Essenz von Mystra Das Gewebe Direkt manipulieren Also man kann sich das so vorstellen Wie Ein Gitarrenspieler Der an seinen Seiten Zupft Um den Klang zu erzeugen So zupft Magier Mit seinen Fingern An den Seiten Des Gewebes Um den Zauber zu erzeugen Und das kann entweder sein Durch Studium des Gewebes Also Studium der Magie Wie es ein Magier macht Oder einfach durch Intuition Und Talent Wie ein Bader Das vielleicht eher macht Die typischen Nutzer Von Arcana Magie In Toriel Sind Magier Hexenmeister Zauberer Baden Und Magieschmiede Oder Artifizienten Artifizienten Ja Schüttelst dich immer ein bisschen Wenn du das aussprechen musst Genau Und weil Magier halt so Fans von Büchern Und von Lernen sind Haben die Sich auch die Mühe gemacht Um Zauber zu kategorisieren Und haben dann Das Konzept der Schulen Der Magie erfunden Man kann alle Zauber In Schulen einordnen Auch Die Divine Spells Und ich hab mir gedacht Wir stellen jetzt einfach Nochmal die einzelnen Schulen vor Ich sag dir was die Schulen sind Wie man die Leute nennt Die diese Schule der Magie benutzen Und du erklärst ein bisschen Was Zauber dieser Schule machen Kriegen wir das hin Wie willst du Vielleicht fällt mir bei irgendwas Nix ein Aber Ich geh mal in der Reihenfolge durch Wie sie im Spielerhandbuch drin stehen Das erste sind Bandzauber Und Leute die sich auf Bandzauber spezialisieren Nennt man Bandwirker Bandzauber sind zum Beispiel Sowas wie Große Bandkreise In denen man Dämonen Oder Teufel festhält Oder Zauber mit denen Andere Wesen Wieder auf Ebenen Transportiert werden Auf die sie hingehören Und quasi von der Ebene Verbannt werden Richtig? Das stimmt Das war jetzt auch nur ein Beispiel Genau Auf Englisch Nennt man das Ganze Abjuration Magic Und Leute die Abjuration Magie benutzen Sind Abjurer Und abgesehen von dem Was du gesagt hast Schließt es auch Alle Schutzzauber mit ein So magische Schilde Und teilweise sogar Offensiv genutzte Barrieren Also wenn du jemanden Aus- oder Einsperren möchtest Zum Beispiel Die nächste Kategorie Sind Beschwörungszauber Auch bekannt als Transportzauber Und Leute die sich darauf Spezialisieren Nennt man Beschwörer Auf Englisch sind es Conjuration Spells Oder Conjurers Das sind die klassischen Aarons Damit Wie gesagt Beschwört man Dinge Und da fängt man an Bei Lagerfeuern Und kann halt Bei Sachen wie Teufel Dämonen Elementaren Und ähnlichem Ähnlichem Der ursprüngliche Nutzen Dieser Zauber Man transportiert Gegenstände Oder Kreaturen Von Ort A Nach Ort B Und das kann Wie du sagst Heißen Dass ich Kreaturen Aus einer anderen Ebene herbeschwere Das kann aber auch Heißen Dass ich mich Teleportiere So ein Teleport Zauber Ist auch ein Beschwörungszauber Die dritte Kategorie Sind Veränderungszauber Und Leute die sich auf Veränderungszauber Befinden Nennt man Wandler Auf Englisch ist es Transmutation Und ein Transmutation Wirker Ist ein Transmuter Also da kann es dann Entweder so Sachen sein Wie dass man sich Selbst verwandelt Es gibt so sauber Wie das Geist Self Mit dem man sich Selbst so ein Bisschen anpasst Oder Der Zauber Mit dem schönsten Namen Überhaupt Über den man immer wieder Stolpert Sowas wie Prestidigitation Habe ich es richtig Ausgesprochen Sind auch Veränderungszauber Auch wenn die nur So ein bisschen Aufpolieren Stimmt Disguise Self Ist kein so ein Gutes Beispiel Weil Disguise Self Dich nicht wirklich Verwandelt Sondern nur eine Illusion erzeugt Ist ein Illusionszauber Aber würde er dich Verwandeln Dann wäre es nicht Transmutation Genau Also Verwandlungszauber Verändern einfach Die Eigenschaften Von Kreaturen und Gegenständen Oder von der Umgebung Und zwar Verändern sie sie Wirklich Sie verändern sie Nicht nur illusionär Das ist der Unterschied Zu Illusionszaubern Upsi Die nennt man dann Illusions Und die Leute Die Illusionszauber Benutzen sind Illusionisten Aber dann haben wir Die auch schon Abgehakt Genau Dann Kommen wir zum fünften Ich glaube sind wir Mit der Hälfte schon durch Erkenntniszauber Leute die Erkenntniszauber Nutzen nennt man sehr Und auf Englisch Ist das Ganze Divinations Und Die Magier Selber heißen dann Diviners Stände die Wahrheit Hinter einer Illusion Oder die Vision Weit entfernter Personen oder Orte Und Das Ganze ist tatsächlich Auch erklärt Im Sinne des Gewebes Denn Immer wenn du Einen magischen Effekt Erschaffst Dadurch dass du Das Gewebe manipulierst Dann verwickelst du Verdrehst du Faltest du Diese Fäden Die Fäden des Gewebes Um diesen Effekt Möglich zu machen Und mit einem Erkenntniszauber Wie zum Beispiel Magie entdecken Oder identifizieren Kannst du Mehr über diesen Zauber oder Effekt Erfahren Indem du Einen Blick Auf das Gewebe Erhaschst Also Andersrum kannst du Mit einem Zauber Wie Magie Banneln Das Gewebe Dann wieder Glattstreichen Und ein Antimagisches Feld Spannt das Gewebe Auf eine Art und Weise An Dass es nicht mehr Manipuliert werden kann Die nächste Kategorie Sind Verzauberungen Verzauberer Wirken Auf Englisch Enchantments Und auf Englisch Nennt man sie Enchanter Meine liebste Zauberart Meine Baden lernen Fast immer Sehr viele Enchantments Das sind dann so Sachen Wie Vorschlag Suggestion Suggestion Ist zum Beispiel Ein Enchantment Wo man eine Person Davon überzeugt Dass sie was machen soll Weil ja Wir beide davon Profitieren würden Und so Oder wenn man jemand Ganz einfach charmt Ist auch ein Enchantment Und dann denkt er plötzlich Hey Du und ich Wir sind beste Freunde Genau Genau Dann gibt es die Bei Spielern Besonders beliebten Hervorrufungen Hervorrufungs Magier Nennt man Taumaturgen Oder Rufer Und auf Englisch Sind es Evoker Und die Schule Nennt man Evocation Jetzt brauche ich kurz Deine Hilfe Weil mir kein Zauber Dazu einfällt Weil ich nie Klassenspiel Die Evocation Zauberspiele Da bist du sehr Atypisch für Spieler Ein Hervorrufungszauber Ist ein Zauber Der etwas Aus nichts Erschafft Die manipulieren Magische Energien Und Die typischen Zauber Sind Zauber Die Feuer erschaffen Eis erschaffen Blitze erschaffen Firebolt Lightning Grusch Whatever Diese ganzen typischen Schadenszauber Eben genau das Was mein Bade Nicht lernt Genau sowas Ja Dann Gibt es nur Eine einzige Nämlich Nekromantie Nekromantie Wird von Nekromanten Ausgeführt Und auf Englisch Ist es Necromancy Und da heißen sie auch Nekromanten Nur auf Englisch Und damit kommen wir Zu den Edgy Boys Der Zauberei Und zwar sind das Alle die die Toten Einfach nicht Tot sein lassen können Die erschaffen Skelette Beleben Tote wieder Unterjochen Irgendwelche Zombies Oder so Klassischer Nekromant Genau in der Fünften Edition Gehören auch die Typischen Kleriker Wiederbelebungszauber Zur Nekromantie Und die meisten Heilzauber Sind auch Nekromantisch Denn Nekromantie Ist am Ende Des Tages Eigentlich nur Die Fähigkeit Lebensenergie Zu manipulieren Und die kann man Natürlich für Gute und für Böse Zwecke Einsetzen Ich glaube Allerdings Dass sie das In 1D&D In der 5.5 Immer so Möchte Ändern Wenn ich mich Recht erinnere Sind da die meisten Diese Heilzauber Zu Abturations Gemacht worden Finde ich Macht so Sinngebend Finde ich Macht so Generell auch Sinn Vor allem Weil es ja immer Heißt Verruhen Da ist jetzt Nekromantie Eher verboten Aber dennoch Gibt es halt Kleriker In Tempeln Und Priester In Tempeln Die halt Heilmagie Beherrschen Und das wäre Dann ein Widerspruch In sich Darum könnte ich es Irgendwie verstehen Wenn sie es so machen Ja Bevor wir jetzt Zu den weiteren Details kommen Möchte ich hier mal Was unterschieben Was wir normalerweise An das Ende Der Folge setzen Nämlich Wenn ihr diese Folge Heute hört Am 24.6. Müsstet ihr rauskommen Dann Hat Das Sommerfest Des Deutschsprachigen D&D Discord Hat begonnen Ich weiß nicht genau Wie der Server heißt Bitte Vergib's mir Marc Der hat uns da eingeladen Die machen Eine Woche lang Ungefähr Ein großes Digitales Sommerfest Mit Events Und Workshops Und Spiele Abenden Und so weiter Und da sind Marie und ich Eingeladen Heute Wenn ihr die Folge hört Am Samstag Den 24.6. Um 17.30 Haben wir dann Einen kleinen Stream Ihr könnt uns Fragen stellen Und Aaron und mich Mal Face to Face sehen Falls ihr das noch nie getan habt Stimmt Genau Die Details dazu Findet man bei uns Im Discord Und natürlich auch Bei denen im Discord Aaron hat einen Link gepostet Dementsprechend Ganz einfach beitreten Und dann könnt ihr uns zuhören Genau So und da wir das Thema Jetzt eh schon unterbrochen haben Packen wir hier noch die Werbung rein Bitte gebt uns ein Like Das wäre so nett Und einen Stern Oder fünf Sterne Nicht einen Stern Fünf Sterne bei Spotify Und Apple Podcast Danke Danke Das hilft uns sehr Genau Super Vielen Dank Okay Weiter geht's mit dem Thema Das sind die Hauptschulen der Magie Die es in der 5. Edition gibt Tatsächlich gibt es aber noch ein paar seltenere Unterarten Die nicht so oft auftauchen Zum Beispiel Chronomantie Die Kunst der Zeitmanipulation Kreismagie Ist Magie, die von vielen Magiern gemeinsam gewirkt wird Die hat nichts unbedingt mit Bandkreisen zu tun Sondern eher so mit von Magierkreisen Magierzirkeln Ich dachte, das wäre die Zauberkunst der Mathematik Die gibt's auch Die heißt Geometrie Das ist kein Witz Geometrie gibt's tatsächlich Als magische Schule in D&D Oh Gott Ich glaub's Da steht da wirklich Oh Gott Ja Wenn du Geometrist bist Also ein Mathemagier sozusagen Dann kanalisierst du Magie Indem du Diagramme, Symbole und komplexe geometrische Muster manipulierst Ich hab grad solche Ideen für meine Grundschüler Wenn ich mal fertig bin mit dem Studium Ich sag ihnen, wir werden jetzt alle Geometristen Ich muss da immer an meine Zeit als Yu-Gi-Oh-Spieler zurückdenken Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hab Aber ich hab damals auf Turnieren Yu-Gi gespielt Und ich glaub genau zu der Zeit, als ich damals auf der Europameisterschaft war Gab's eine Karte, die da sehr beliebt war Und die hieß auch Mathematician Und das war auch ein Mathemagier Schön, oder? Genau Okay Nichtsdestotrotz ist Magie was sehr Kulturelles Und dieses Aus-Büchern-Lernen ist was Was eher an der Schwertküste und im Zentrum von Turil in Ferron beliebt ist In anderen Kulturen gibt's andere Arten und Weisen, mit dem Gebe der Magie umzugehen Zum Beispiel in Mastika gibt's Klauenmagie und Federmagie Und die funktionieren nach ganz anderen Regeln Und hat andere Effekte und zum Teil auch gänzlich andere Zauber War fast vorhersehbar, oder? Dass Magie anderswo anders funktioniert Beziehungsweise anders benutzt wird Das ist ja fast wie eine andere Sprache dann Wenn man getrennte Zivilisationen voneinander hat Dass die andere Herangehensweisen finden Mit der Magie umzugehen Das ist ja eigentlich denkbar Genau Es gibt so ein paar Grundregeln Die aber immer und überall gleich sind Die sich durchziehen durch die verschiedenen Klassen Und durch die verschiedenen Kulturen Und dabei in anderer Form auftauchen Und das eine ist die Macht von einzelnen Zaubern Und das andere ist die Menge an Kraft, die ein Zauber kostet Das sind zwei verschiedene Dinge, die aber große Auswirkungen haben Und für die Spielercharaktere spiegelt sich das insofern wieder Dass die Macht eines Zaubers unterteilt wird in Zaubergrade Oder auf Englisch die Level eines Zaubers Von Grad 1 bis 9 Plus dem 0. Grad Zaubertricks, die einem Zauberwirkenden so inne liegen Dass er gar nicht drüber nachdenken muss Und dass es ihm nicht viel Zauber kostet Und die Anstrengung, einen Zauber aufzuwenden Die wird angegeben in Spell Slots oder Zauberplätzen Und je mehr Zauberplätze ein Magier hat Oder ein Zauberwirkender Desto mehr Magie kann er an dem Tag aufbrauchen Und desto mächtiger ist er dementsprechend auch Genau Ich habe da jetzt Ich habe jetzt neulich die Indie gespielt mit Freunden Und ich Für das ganz kleiner Ausschwank Ich studiere ja Grundschullehramt Und ich habe da einen Musikbasiskurs zur Zeit Und unsere Musikdozentin sagt Jeden Kurs im folgenden Ton hat es jetzt ein bisschen peinlich Aber ich mache das jetzt nach Je größer ein Instrument, desto tiefer ist es Je kleiner ein Instrument, desto höher ist es Und ich habe einen Magier gespielt Und wir haben auf 14. Level oder so gespielt Und ich habe dann irgendwann gesagt Ich habe ein richtig dickes Zauberbuch dabei Und ich habe das immer betont Und dann wurde ich irgendwann gefragt Warum? Da habe ich gesagt Je dicker ein Zauberbuch, desto mächtiger bin ich Je dünner ein Zauberbuch, desto Ich weiß gar nicht mehr Desto schwächer bin ich Das macht Sinn So ist es Ja So, so Überträgt man Studiertes Auf die D&D-Realität Typischer D&D-Marke Ich glaube, damit habe ich eigentlich eh schon alles gesagt Was ich so sagen wollte Hast du noch Fragen Zu Magie im Allgemeinen? Oder Denkst du Ich habe irgendwas noch nicht gut erklärt An den Basics? Ich glaube Wir haben jetzt alles drin Aber ihr kennt die Spielregeln ja eh Wenn noch Fragen für euch offen sind Könnt ihr uns die jederzeit gerne in die Kommentare schreiben Oh Oder später Falls ihr die Folge tatsächlich am 24.6. hört Einfach im Livestream Genau Genau Ich freue mich schon sehr Ich bin gespannt Wer so kommt Wer sich mit uns unterhalten will Uns Fragen stellen will Genau Und dann sehen wir uns entweder heute Abend Oder nächsten Samstag Oder wann auch immer ihr uns hört Vielleicht hört ihr uns ja auch Donnerstag Mittag Oder sonntags zum Aufstehen Oder Sonntags zum Einschlafen Zu einer anderen Uhrzeit Uhrzeiten sind jetzt glaube ich nicht so spannend Aber genau Wie bewerten wir Zauber dann überhaupt? Wenn das eine Grundregel Und Grundregel Blablabla Auf einer Skala Von 0 bis 9 Zaubergraden Was gibst du mir? Mir persönlich? Was? 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 Nee, Aron Du kriegst eine 9 von 9 Weil du bist mir sehr wichtig Oh, das hast du sehr lieb gesagt Du bist mir auch sehr wichtig, Marie Das freut mich Weiter geht's In der nächsten Folge Du bist so warm Aron hat mir gerade die Hand geschüttelt Wieso bist du so warm? Das nennt man Säugetier Ich meine Das nennt man Säugetier Okay Ja, wir hören uns Und sehen uns Viel Spaß die Woche Ich bin die Marie Ich war der Aron Und wir hören uns eines Tages Bis bald Bis bald, tschüss Bis bald, tschüss Bis bald, tschüss Bis bald, tschüss